und damit herzlich willkommen bei der zweiten folge von stickverein in der ersten folge habt ihr gesehen wie ich mit viel skill und viel glück vielleicht mit mehr glück als kill einigermaßen gut durch kam jetzt werdet ihr hoffentlich das gleiche sehen oder vielleicht genau das gegenteil ich weiß es nur nicht mal schauen lasst gelbe männer regnen so dann gehen wir mal in die kiste weil es rappelt ja im karton wie ihr alle schon wisst und ich hoffe mal ich hätte schon mal versucht auch zu nehmen und hatte gleiches problem jetzt bin ich hier in der lobby mit this dude der da nach oben abhaut okay da kommt der verschwunden und er oben hängt in der luft kommt runter ich hätte wachs gehabt das heißt ich war tot konnte mich nicht bewegen der oben hängt in der luft und aktuell läuft es natürlich wieder super gehen wir jetzt mein menü und probiert es auch noch einigermaßen gut aus muss ich sagen und jetzt kommt der kingsler und er kann sich bewegen unglaublich und jetzt haut er ihnen das meine auf die fresse hier stehst du einfach nur hier rum aber er hat sich noch gerettet er hat sich noch gerettet okay da ist weg egal dem aber da machen wir den hat fertig keine chance du bist schon ein ganz schön aggressiver typ oder nicht mehr nein nice nice er da ist er ein ein Alter, das muss ich zensieren. Das muss ich den Penis zensieren. Geht ja immer gar nicht. Nein. Hör auf damit. Was? Da, was hier? Nein, Schlange! Nein! Was soll denn der Quatsch hier? Und? Ja, geht doch. Rauchen! Geht doch! GG! Ja, danke schön. Danke schön. Der König kommt. Ey. Komm her, komm her. Renn da nicht weg. Alter, du bist mir verarschen. Mach's gut. Mach's gut. Oh nein. Oh nein. Seit wann gibt's denn sowas? Seit wann gibt's denn sowas? Was ist denn los? Ne Mini-Snake-Gun? Oh, falsche Richtung. Den, 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 den. Boah, der ist echt gut. Der hat ja richtigen Skill, der Typ. Puh. Genau. Fall, Fall. Nein, nein. Fuck. Du, 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 du. eine waffe ich will den typen töten endlich der kann sogar blocken eine klappe du bist du gibt es gleich du hast die knarre da habe ich noch eine chance ich gehe selber das ist ein feigling der auch ist was für ein feigling ganz schöner feigling der hält sich für den größten es fällt immer auf meine seite immer vielleicht doch nicht ja ich habe es doch gesagt das ist doch einfach nur glück einfach nur glück seht ihr auch so einfach nur glück vielleicht ist auch glücklichkeit von mir weil du nichts in keiner kein leben mehr hast und nur den ganzen tag die spiel spielt bin ich noch lange kein noob ich weiß wann die dinger runter kommen und hochgehen alter du bist der noob nein ich habe ehrlich gesagt keine lust mehr auf diesen mega noob beginn wir als main menü suchen uns normale spieler also ganz ehrlich der war ja viel zu schlecht für uns guck mal und spiel noch mal ein bisschen mit ein paar normalen menschen und nicht leuten die den ganzen tag nur vor vom rechten hängen und stick fight spielen ich habe etwas besseres zu tun gibt mir mal normale gegner die sehen normal aus guck mal die springen da oben und zappeln die sehen doch normal aus aber wie normal die sind seht ihr dann in der nächsten folge bis dann macht's gut